Wir sind jetzt hier in Maras Auge-Tümpel. Da haben wir zwei Eingänge. Einmal hier Galgenhalle und da drinnen ein Tor Maras Auge. Wir müssen noch mal gucken, was hier drin ist und ob das hier irgendwas sinnvolles ist hier. Wir müssen noch umgucken hier vielleicht, bevor ich alles ausräume. Sieht so aus, als ob wir hier eine neue Unterkunft hätten, oder? Ein bisschen. Amara, wenn wir hier nicht mal was von hier haben. Äh, ne? Dies ist Maras Tagu. Okay. Ähm. Das ist Nara. Skelett mit Kapuze. Okay. Naras, bitte, lass mich raus. Naras, bitte, bitte öffne die Tür. Raus aus meinem Kopf. Naras Tagu. Dies ist die erste, die meine Totenbeschwörer meistern. Ah. Ah. Nimm mich facken entlang des Weges. Ähm. Der Magie bereits in Himmel landen und löscht. Okay, hör mal fackeln. Okay, ähm. Totenbeschwörer, bla. Wie ist denn das hier? Notiz ist Totenbeschwörer meister. Was ist denn das? Jetzt hin. War das mit hinten? Ja. Ne. Jetzt haben wir es. Äh. Ich wundere sie nicht finden. Wie soll die Fackeln, äh, Fackeln abnehmen? Zu Binnen reist du Richtung Westen nach Mortal? Mortal. Was, äh, steht denn hier was Fackeln? Oh, Fackelmortal. Okay. Ähm, halbricht dem Westen in den Norden. Von dort zu bekehren sie eben der Südlich Richtung Falkenring. Falkenring. Ruhigstädt. Sonnwacht. Falkenring. Äh, Falkenring. Das sage ich mich noch. Nächster gab es sich nach. Notosten vorbei am Fluss und macht er halt Gas aus zum Nachtum. Sonnwacht. Ruhigstädt. Ruhigstädt. Gast aus dem Nachttor. Gast aus dem Nachttor. Man versucht, man möchte, man möchte, man schließe ich in den Norden fest zum Dunnstädt. Fest zum Dunnstädt. Man ist hier nicht gerade. Bingo. Hat das runtergefallen? Werfen. Stoppt er so mal. Verwinden sie ihn, stopp. Okay. Okay. Helm, das ist... Okay. Ähm... Was ist denn das? Ein Mann träumt, seine leere Särge wären voll Edelsteine. Fürsten beten. Habe ich doch gerade, glaube ich, gemacht. Das ist näher. Ah. Juhl. 1 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 14 16 16 21 21 21 22 22 22 Ihr geht vor, ich folge. Kann ich das jetzt immer machen? Okay. Ich kann jetzt aus... Äh... Rosen Seelenstein, also... Ähm, ja. Ihr geht vor, ich folge. Seelenstein, aber... Gibt's jetzt hier unten? Leichnam wiederbeleben, okay? Wie es aussieht, haben wir jetzt... Eine, Neue, Untergrund. Ja. Alter, nur... Das ist jetzt in der Seelenhöhle. Ja. Ja. Da können wir also... Jetzt, äh... Knochenleute herstellen, okay? Auch gut. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir damit jetzt zu uns rumrennen. Aber, naja. Träume der Toten. Jo, haben wir fertig. Und wahrscheinlich ein neues Haus hier. Und er rennt jetzt hier... Besucht mich auch auf Instagram und Twitchspiel. Links findet ihr in der Beschreibung.